hallo liebe freunde und seid gegrüßt hier auf meinem youtube-channel mein name ist bastlaninos und herzlich willkommen zum ersten vlog ja warum vlog nummer eins der hat doch schon mal ein infovideo gemacht das war auch nur ein infovideo deswegen auch kein vlog ja entschuldigung ja drei kleine themen oder ein paar kleine themen habe ich vorbereitet für euch das erste thema ist einige von euch werden es bestimmt sicherlich schon gemerkt haben dass ich eine neue kamera hat ja ich habe mir eine neue kamera gekauft nämlich diese hier kann man das sehen jetzt hier noch zusätzlich so eine kleine kamera im objektiv das finde ich ganz gut hat 300 beziehungsweise hat knapp 400 euro gekostet ich finde das geht für eine videokamera voll in ordnung hat auch eine bessere filmqualität wie meine alte kamera das hier ist im übrigen meine alte kamera die hat nur 200 ein paar zerquetschte euro gekostet die habe ich jetzt meiner freundin geschenkt warum die jetzt hier auf meinem schreibtisch liegt weiß ich nicht muss ich meine freundin fragen die schläft aber schon ja das zweite thema ist ich habe ein paar neue video formate eingeführt und zwar einmal ob modell unboxing dann modell review und loss places wobei loss places das wird ein einmaliges ding gewesen sein wird es so nicht mehr auf meinem channel geben weil ich bin eigentlich nicht so ich mag zwar loss places da kann ich euch ein paar kann zwei gute kanäle empfehlen die verlinke ich euch unten in der box mal ja zum dritten thema eben beziehungsweise respektive zum modell review da könnt ihr euch drei modelle aussuchen die ich euch jetzt sage was ich als nächstes review und soll einmal der portalen hub hier hinter mir dann der liper 960 demolition und der kat 390 f diese drei modelle könnt ihr euch aussuchen welches als nächstes gewinnen welches von welchen ich als nächstes im review machen soll schreibt es einfach unten in die kommentare wie gesagt ja dann zum nächsten thema video einstellen ich werde jetzt regelmäßig jeden mittwoch und jeden samstag videos einstellen das ist egal welcher inhalt das ist also wird man mal gucken mittwochs werde ich wahrscheinlich erst gegen abends so das video eingestellt haben und samstags so gegen 14 uhr wie gesagt mittwochs abends weil ich auch noch einen geregelten job habe deshalb erst mittwochs abends ja das war das keine video von mir wie gesagt schreibt mir das unten einfach in die kommentare was er davon haltet mit mittwochs und samstags das mit dem video hochladen könnt ihr auch unten in die kommentare schreiben würde ich mich sehr darüber freuen das soll es dann auch schon gewesen sein ein kleines recht kurzes wie log von mir mal einfach wie gesagt sucht euch diese drei modelle aus ich sage sie euch noch einmal portalen hub eben der im hintergrund steht cut beziehungsweise cut 93 f oder den liebherd 69 demolition diese drei modelle wie gesagt schreibt das unten in die kommentare was ich als nächstes review und soll würde ich mich sehr drauf freuen so dann wünsche ich euch noch was sehr schönes macht es gut gibt dem video und daumen nach oben oder lasst ein abo da würde ich mich sehr darüber freuen macht es gut euer bastian